Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Lisa's Good Line Friends, BDSM Literatur und mehr. Heute habe ich die ganz große Ehre, euch Kay Noah vorstellen zu dürfen, wobei ich bei dem Vornamen nie ganz sicher bin, weil wenn sie von sich selber spricht, sagt sie immer Kay. Erinnere mich daran, dass ich dich das nächste Mal frage, wie es ausgesprochen wird. Für mich ist es Kay. Sie antwortet auch, wenn ich sie so anspreche. Und ja, ich finde, das ist eine ganz großartige Kollegin, eine tolle Frau und eine wahnsinnig interessante Schriftstellerin. Ich habe Kay vor einigen Jahren auf der Leipziger Buchmesse zum ersten Mal persönlich getroffen. Ja, an das Treffen erinnere ich mich noch sehr gut, denn ich habe zu ihr aufgeschaut. Das tue ich übrigens heute noch, nicht falsch verstehen. Und ich war, ja gelinde gesagt, ein bisschen nervös, sie dann auch persönlich zu treffen. Die Frau nötigt mir nämlich dermaßen Respekt ab. Das passiert echt selten bei mir. Respektieren im normalen Fall, ganz klar. Brauchen wir nicht drüber zu reden, jeder Mensch hat seinen Respekt verdient. Aber das, was Kay so den ganzen Tag leistet, wie sie auf andere zugeht, wie hilfsbereit sie ist und was für ein enormes Wissen diese Frau hat, ja, das macht mich jedes Mal sprachlos. Auch heute noch. Heute ist es allerdings so, dass wir uns ein bisschen besser kennengelernt haben, wesentlich öfter mal das Gespräch gesucht haben, uns auch auf mehreren Messen treffen durften. Und da kann ich ein bisschen lockerer mit einer solchen Koryphäe umgehen. Ihr hört, ich lache. Es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil ich möchte es auf gar keinen Fall negativ rüberkommen lassen, denn ich hatte nie irgendwelche negativen Gedanken zu Kay. Im Gegenteil. Wie gesagt, absolut größten Respekt. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie schnell sie gerade so die Gesetzestexte für uns in verständliche Formen bringt. Das ist nämlich ein Punkt, den Kay uns Autoren immer wieder zur Verfügung stellt. Sie ist ja Rechtsanwältin, was viele wahrscheinlich schon wissen. Und wenn dann wieder so ein Gesetz rauskommt, der uns Autoren betrifft, und wir da vorstehen und denken so, hä, was wollen die denn jetzt von uns? Dann kommt von Kay nur, gib mir mal einen Moment, ich sag euch gleich, worum es geht. Und dann erscheint bei ihr oder auch bei Scouts, das ist ihr Baby, ein Artikel, wo in verständlichen Worten erklärt wird, nicht nur worum es geht, sondern auch was wir machen müssen oder ob wir es vielleicht einfach links liegen lassen können. Und genauso hilft sie auch, wenn es um Sachen wie Impressum geht, um eher rechtliche Sachen. Wenn ihr was auffällt, ist sie auch keine von denen, die dann sofort sagt, ey, guckt mal hier, alle mal herhören, die hat da was gemacht. Nein, sie ist so fair und schreibt einen an und sagt, du, die Idee ist jetzt gerade nicht so toll, weil... Und auch im persönlichen Gespräch habe ich es ganz oft mitbekommen, wenn man so Ideen austauscht, dann kommt sofort so dieser Schalter bei ihr, im Gehirn habe ich das Gefühl. Und sie überlegt direkt, wie kriege ich das jetzt rechtlich verpackt, dass derjenige, mit dem ich gerade rede, keine Nachteile hat, dass er das umgesetzt kriegt, wie kann ich den unterstützen? Das ist das, was ich mit K-Noah verbinde. Dazu kommt eine eher sehr direkte, klare Art. Direkt ist nicht das richtige Wort. Klar, also das Wort, wenn ich es in einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen, klar. Denn direkt kann auch verletzend sein. Das habe ich bei ihr aber noch nie erlebt. Im Gegenteil. Also wenn irgendwo Kritik kommt, ist es immer sehr sachlich, sehr klar. Und das schätze ich total. Ich meine, kritisieren können wir alle, braucht man nicht drüber zu reden. Aber auch noch darauf zu achten, dem anderen jetzt nicht so auf die Füße zu steigen, dass er sagt, okay, komm, ich gebe es auf, ich schmeiße es hin. Und das ist dann doch bei vielen eine Kunst. Ein weiteres Detail zu ihr macht sie mir noch sympathischer, denn sie ist auch noch tierlieb. Absolut tiervernaht, genau wie ich auch. Viele von euch kennen vielleicht ihre kleinen Episoden auf Facebook, Neues aus dem Tierpark. Wenn nicht, guckt es euch echt an. Macht den Hashtag Neues aus dem Tierpark und lest euch die Storys durch. Zum Schießen, sage ich euch. Und jeder, der Tiere hat, wird auch so die ein oder andere Szene wiedererkennen. Leben mit Tieren halt. Sie setzt sich auch ein, also gerade gestern, vorgestern, haben wir kurz getickert. Und sie schrieb dann auch, ja, ich muss gerade mal eine Ente in die Wildvogelstation bringen. Die ist ja gegen die Hauswand geprallt. Ja, auch solche Dinge hört man von Kanoa. Aber bevor ich jetzt hier noch weiter rumschwärme, und es ist echt jetzt kein Honig ums Maul schmieren oder sowas. Es ist meine ehrliche Meinung. Genau. Kommen wir einfach mal zu der Autorin. Wie gesagt, hauptberuflich ist sie Rechtsanwältin, Wirtschaftsfachanwältin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Etwas, was mich sprachlos macht. Ich würde, glaube ich, niemals durch diese Gesetzestexte, durch diesen ganzen Kram da durchblicken. Ich befürchte, sie hat auch noch was mit Steuerrecht zu tun. Das wäre dann für mich komplett außen vor. Also Steuern, ich mache nicht mal meine eigenen Steuern. Ne, die macht mein Mann für mich. Also, Kanoa, die Autorin, da nötigt sie mir genauso viel Respekt ab. Denn das, was die Frau so runterschreibt, und ich meine jetzt nicht im negativen Sinne, sondern das, was die K so raushaut, ist einmal wahnsinnig viel. Ich meine dafür, dass sie den ganzen Tag irgendwo auch in der Kanzlei sitzt. Und auf der anderen Seite, ja, komplett durchdacht, witzig, manchmal ein bisschen chaotisch. Ab und zu hat sie auch so den, ja, den ironischen Zeigefinger. Dieses, vielleicht die Welt mal so ein bisschen unterstützen. Vielleicht mal nicht ganz so egoistisch sein. Sie bringt immer zu Weihnachten ein Märchen raus. Das letzte war Zuckerschock im Hexenhaus. Eine Geschichte, die ich super gerne gelesen habe. Da geht es um Hannah und Greg. Ja, Hinsel und Gretel. Hannah hat eine Bäckerei, Familiengeschäft, kümmert sich aufopferungsvoll darum. Geht aber so in die Richtung vegan, gesund, ökologisch. Und Greg, der kommt jetzt gerade nach Hause, weil das Geschäft doch ziemlich, naja, so in den Bach runter geht und versucht ihr als Marketingmanager da zu helfen. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Hexe, die bunte Süßigkeiten auch bäckereimäßig verkäuft. Naja, und Greg fühlt die Hexe ein wenig auf den Zahn. Wie es dann weitergeht, das müsst ihr selber lesen. Tolle Story. Wie gesagt, so ein bisschen mit Augenzwinkern zu betrachten, aber absolut lesenswert. Ein anderes ihrer Weihnachtsmärchen ist Der Werwolf unterm Tannenbaum. Da geht es um Lou und Emily. Emily ist Tierärztin und kümmert sich aufopferungsvoll um den verunglückten Lou. Der ist nämlich vor dem Bus gelaufen. Was genau dahinter steckt, warum er in der Tierform bleibt und wie er überhaupt vor diesem Bus kam, das erfahrt ihr in Ein Werwolf unterm Tannenbaum. Eine spritzige Geschichte, bei der ich ganz oft lachen musste, denn Lou findet die Tierärztin Emily absolut attraktiv. Aber wie soll er ihr das klar machen, solange er als Hund durch die Gegend läuft. Ein weiteres Märchen ist dann noch Rapurzel und die Zimtsternprinzessin. Seid mir nicht böse, wenn ich nicht alle Bücher von Kay gerade aufliste, weil das sind echt so viele. Schaut am besten mal auf Amazon, Kay Noah, dann findet ihr alle Bücher und ich bin überzeugt davon, auch wenn ich sie noch nicht alle gelesen habe, dass sie alle lesenswert sind. Ja, auf meinem Sub steht zum Beispiel als nächstes Zur Hölle mit dem Himmel. Das gibt zwei Bände, in sich abgeschlossen jeweils. Und da geht es um Lucia und Uriel. Es geht um eine Welt voller dunkler Dämonen, düsterer Prophezeiungen und Geheimnisse. Ist ja mal was für mich, ne? Ja, Lucia ist eigentlich sehr behütet aufgewachsen in einem katholischen Internat und erbt jetzt den Nachtclub ihres Vaters. Dabei wird ihr schmerzlich bewusst, dass ihr Vater nicht der ist, für den sie ihn gehalten hat. Sie möchte das Ding so schnell wie möglich loswerden. Ja, aber es gibt einen zweiten Erben, nämlich den Geschäftspartner ihres Vaters, Uriel Angeli. Ich würde mal sagen, ich kenne das Buch wirklich nicht, aber der Name spricht Bände. Naja, die beiden müssen sich zusammenraufen und wie es ausgeht, kann ich nicht verraten, will ich auch gar nicht verraten, denn ich werde es als nächstes lesen. Aber für heute habe ich mich für K-Noahs Herzensprojekt entschieden. Das ist eine Serie, mittlerweile mit vier Bänden und ich rede von der Schwerttanz-Saga. Ein Dämon, der auf Rache sind. Zwei Prophezeiungen, die sich widersprechen. Sechs Auserwählte, die davon nichts wissen wollen. Xeruan, Schreiber am Hof des Kaisers, soll einer alten Legende nachgehen. Dabei stößt er auf eine Prophezeiung, die das Schicksal Kernlands verändern könnte. Zwölf magische Schwerter würden zurückkehren und die Zeitwende einleiten. Außerdem drängt ein alter, wegen unsäglicher, frevel verbannter Dämon nach Kernland zurück. Damit bringt er nicht nur Xeruans große Liebe Liri in Gefahr, sondern droht alles zu vernichten. Jetzt sind Xeruan, Liri und einige weniger hilfsbereite Zeitgenossen gefragt, die Prophezeiung richtig zu deuten. Denn der Schwerttanz hat bereits begonnen und droht die Welt in Chaos und Vernichtung zu stürzen. Ja, für mich hört sich das nach einer wahnsinnig spannenden Fantasy-Saga an. Und um euch so ein bisschen die Nase lang zu machen da draußen, lese ich euch jetzt erst mal ein Stück daraus vor. Schwerttanzsaga Auf ein Wort Geschichte wird üblicherweise von denen geschrieben, die nicht dabei gewesen sind. Das ist nicht überraschend, denn häufig endet die Teilnahme tödlich. Geschichte wird zu allen Zeiten mit Blut geschrieben und speziell eine Zeitenwende geht nicht gerade zimperlich mit jenen um, die sie erleben. Die Baden singen heute, die Helden jener Tage hätten sich den Ruhm nur holen müssen, doch ich, fort in zu vielen dieser Schlachten, ritt mit dem Sohn der Sonne und Kono Karolan, dem Herrn der Zungen, Kaiserin Cheresan und Barad-Eoman, dem Drachenfürst. Mein Lied wird anders klingen. Meist verfolgen die Erzähler mit ihren Geschichten bestimmte Ziele, nicht immer geht es um die Wahrheit. Erzähler sind nicht besser als andere Menschen, darum ist beim Lesen solcher Berichte stets Vorsicht geraten und ein gesundes Maß an Skepsis. Auch über diese Zeitenwende wird viel berichtet werden und wenn die Hälfte davon stimmt, wäre ich angenehm überrascht. Leider bin ich zu alt geworden, um mir allzu große Hoffnungen zu machen. Darum habe ich selbst noch einmal aufgeschrieben, wie es sich damals zugetragen hat und ich verpflichte mich der Wahrheit, mit der ich immer schon Mitleid hatte. Die meisten halten mich für einen Helden und die, die mich besser kennen, für einen jämmerlichen Feigling. Das liegt übrigens überraschend dicht beisammen. Und doch sollten meine Leser mir so wie jedem anderen Schreiber misstrauen. Ich bin gegenüber Irrtümern nun wahrlich nicht gefeit und niemand des Denkens enthoben. Seruan, kaiserlicher Chronist, der Mitfeste zu Aton Prolog Das Gefährlichste am Wünschen ist die Erfüllung Hohen Fragmente 1873 Z.A.S. El-Shamra Schattenhalle Vor ihm kreuzte ein Fuchs den Pfad, hielt und starrte ihn vorwurfsvoll an, als sei er schuld an dem trüben Wetter und dem nahenden Winter. Dann huschte das Tier zurück in die Schatten des Waldes. Er freute sich über die Begegnung. Sonst gab es weit und breit kein Lebenszeichen in jenem seltsamen Niemandsland, das seit Jahrhunderten allen Wesen Kernlands verboten war. Seit der Totenschlacht, um genau zu sein, als das Heer der Niaui besiegt worden war. Nach der Schlacht hatten sie sich über den Steinwall, jenes mächtige Gebirge im Nordosten Kernlands, zurückgezogen. Die Sieger dankten den Göttern für die günstige Fügung und versiegelten die Pässe mit magischen Barrieren. Magie war stets gefährlich und so starke erst recht. Deshalb war seither auch das Grenzland verboten. Er fragte sich fröstelnd, ob Verbote nötig waren, um die Leute von den Grenzen fernzuhalten. Der Landstrich, durch den die Barriere verlief, war öd und trostlos. Mit jedem Schritt, mit dem er sich vorwärts zwang, wuchs in ihm der drängende Wunsch, sich herumzuwerfen und so schnell es nur ging, zurückzulaufen, zurück zu anderen Menschen, zurück in sein altes Leben, das er bereitwillig, aber unverzeihlich vorschnell hinter sich gelassen hatte. Auf dem Weg des Herrn gibt es kein Zurück. Er schluckte bei dem Gedanken an die Worte seines Mentors. Die kalte Luft verriet durch ihren metallischen Geschmack auch einem Freigeborenen wie ihm die Anwesenheit starker Magie. Entschlossen stapfte er weiter und wünschte all seine Bedenken weit fort. Der Herr erwartete ihn und es war nicht ratsam, ihn warten zu lassen. Trotz aller Angst war er neugierig. Vielleicht gab sich der Herr endlich zu erkennen. Fast dreißig Jahre war es her, dass der Herr zuletzt so dicht an den Weltenschleier gelangen konnte. Dreißig lange Jahre, die sie geduldig und mit Demut genutzt hatten, um seine Wiederkehr vorzubereiten. Und zwar dieses Mal richtig. Der Gedanke versöhnte ihn und ließ selbst das Prickeln seiner Haut erträglich werden, das stetig zunahm, je tiefer er in das magische Feld der Barriere vorstieß. Es hieß, der Herr sei in der Totenschlacht unter der Hand des großen Lano wahrgefallen. Während der, seit jenem über tausend Jahre zurückliegenden Tag verehrt wurde, wie sonst allenfalls die Götter selbst, hatte man den Herrn dieser Welt verwiesen. Damit war er, der Strahlende, der Elfenstern, zu einem Dämon geworden, dessen Name so lange verboten gewesen war, bis man ihn ganz vergessen hatte. Doch der Herr war nicht tot, und obwohl er diese Welt immer noch nicht betreten konnte, nahte der Tag seiner Rückkehr. Es stand geschrieben, dieses Zeitalter habe mit seiner Niederlage begonnen. Daher schien es ihm nur passend, es mit seinem Sieg zu beenden. Das Prickeln wurde schmerzhaft. Sein Magen zog sich mit jedem Schritt zusammen. Er hielt den Blick auf seine Füße gerichtet, denn die Bäume am Wegesrand wirkten seltsam verwaschen, als läge ein Schleier über seinen Augen. Manchmal war er ihm, als überlagerten die Bäume einander, als ständen zwei zur gleichen Zeit am selben Platz. Die Barrieren greifen über diese Dimension hinaus, erinnerte er sich und zwang sich, ruhig weiterzugehen. Er durchwanderte ein Reich, das nicht ganz zu seiner Welt gehörte. Es war gefährlich, in den Traumnebel zwischen den Welten zu gehen, doch so lautete sein Befehl. Der Nebel wurde dichter, dicker, wie ein Totentuch, das sich beklemmend um ihn legte. Schritt für Schritt kämpfte er sich weiter. Schiere Willenskraft trieb ihn voran, zurück in der Zeit, was hier allein am äußeren Rand der Wirklichkeit denkbar war. Schritt für Schritt überwand er so das Vergessen, das mit der Zeit gekommen war. Die blühenden Städte seiner Tage schrumpften zu den Dörfern, die sie gewesen waren, wurden winzige Hütten, die sich wie Küken um eine Glucke um die übermächtig wirkenden Burgen schmiegten, bevor sie zurück in die Asche sanken, aus denen Flammen aufstiegen und andere besser wirkende Häuschen ausspuckten. Seine Augen tränten. Der Nebel schmeckte schal, metallisch, bitter. Geronnene Magie sprach direkt zu seinem Kopf, gaukelte ihm ein Gefühl für das Wann vor, nachdem er in dem allesverschlingenden, trüben Grau längst nicht mehr wusste, wo er war. Ja, das war ein Teil vom Prolog und natürlich das Vorwort. Schwerttanzsaga, der erste Band. Und ich finde, das hört sich verdammt nach einem Epos an. Also genau das, was ich liebe, wenn ich in die Fantasy-Welten eintauchen möchte. Ich erinnere mich da so ein bisschen an Herr der Ringe, genauso ein mächtiges Epos. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig neugierig machen, nicht nur auf die Schwerttanzsaga, sondern auch auf Kay Noah. Wir werden uns in Leipzig hoffentlich wieder treffen, denn die liebe Kay ist mit ihrem Scouts-Stand da. Das hatte ich vorhin ja schon mal angedeutet. Scouts ist ihr Baby. Scouts ist, ja, ist vieles. Auf der einen Seite gibt es da den Scouts Award, wo Leser ihre Lieblingsautoren vorschlagen können, die dann zum Höhepunkt zur Frankfurter Buchmesse ihren Preis bekommen, den Scouts Award. Scouts Award ist eine Eule. Für mich natürlich ganz toll, so als Eulen-Fan und Besitzer. Aber Scouts kann natürlich noch viel mehr. Also auf der Seite scouts.de ist es, glaube ich, ich lege euch den Link wieder rein, könnt ihr die Bücher der Autoren auch bewerten. Aber nicht wie bei Amazon, so ist gut, ist scheiße, fünf Sterne oder einen Stern, sondern da gibt es eine sogenannte Fieberkurve. eine Bewertung, die ich total toll finde, weil, ja, da gibt es gegensätzliche Paare, so erotisch oder eben nicht erotisch oder leicht zu lesen, schwer zu lesen, brutal oder gewaltfrei. Solche Gegensatzpaare gibt es und da kann man sich dann entscheiden, wie man selbst das Buch ja einschätzt. Denn, mal ganz ehrlich, das, was mir nicht gefällt, kann euch super gefallen. Umgekehrt, genauso. Und anhand dieser Fieberkurve kann dann jeder erkennen, oh, das ist das, was ich gerne lesen möchte, weil ich möchte jetzt zum Beispiel was Leichtes, Erotisches lesen, was keine Brutalität drin hat. So, dann gucke ich auf die Fieberkurve und sehe, ah ja, okay, das, das und das Buch kommt für mich in Frage und ich habe nicht sofort dieses, ey, das Buch ist scheiße. Weil, naja, ihr wisst ja alle so mit einem Stern. Wenn man enttäuscht ist, gibt man den unter Umständen recht schnell, okay, ich bin die Ausnahme, ich gebe ihn gar nicht. Und hier hat man eben die Chance, seine Eindrücke auf sehr sachliche Ebene zu bringen. Also schaut ruhig mal bei Scouts rein, bewertet eure Bücher, hilft uns allen. Und darüber hinaus gibt es natürlich für alle Autoren, die jetzt zuhören, Scouts for Success. Auch auf der Seite von Scouts. Schaut euch das Angebot einfach mal ein. Ich kann es empfehlen. Ich habe es nämlich ausprobiert. und ja, ich kann auch Kay und ihre Mitarbeiter empfehlen, die ja immer da sind, immer ein offenes Ohr haben und die unwahrscheinlich hilfsbereit sind, Tipps geben, wie man sein Buch vielleicht noch ein bisschen pushen kann und so weiter. Also, ihr findet Kay Noah in Leipzig auf jeden Fall an ihrem Stand Scouts. Wenn sie nicht da ist, fragt einfach die Mitarbeiterinnen, die sind nämlich total nett. die wissen, wann sie kommt. Ansonsten findet ihr sie bei Facebook. Facebook? Kay, bist du sonst noch irgendwo? Ich glaube, bei Twitter ist sie auch. Also, wir kommunizieren am meisten über Facebook. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Bücher von der Kay lest, ihr eine Rezension, eine faire, sachliche Rezension dalasst und sie vielleicht einfach mal anspricht. Ja, und jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir hören uns am Samstag wieder. Und bis dahin, denkt dran, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Eure Lisa Sküttler die kinder